Der Sankt-Andreas-Tag ist ein beliebter Feiertag bei der ukrainischen Jugend. Der Höhepunkt dabei ist das Kaleta-Ritual, das Essen eines runden Brotes mit einem Loch in der Mitte. Die Kaletas dienen als Test, um zu ermitteln, ob junge Männer bereit sind, eine Familie zu gründen. Der Feiertag fällt auf den 13. Dezember. Rechtzeitig davor backen die jungen Frauen die Brote. Jungs, die während der Feier beweisen, dass sie reif geworden sind, dürfen heiraten. Und wie beweisen sie ihre Reife? Sie müssen eine Reihe von Fragen beantworten, ohne zu lachen. Ein junger Mann schmunzelt, er wird mit Rust bepinselt. Sind Prüfungen und Tests geschafft, müssen die jungen Männer das Kaleta-Brot essen, ohne es mit ihren Händen zu berühren. Dieser junge Mann, Roman, ist offenbar bereit für die Ehe. Die Kaleta war lecker. C, aber lecker. Die Mädchen müssen bei dem Fest mit ihren Kochkünsten beeindrucken. Diese Knödel zum Beispiel dienen nicht nur dazu, den Magen zu füllen, sondern auch für Wahrsagerei. Alles, was sie während dieser Feiertage tun, könnte ihre Zukunft vorhersagen. Zum Beispiel, wenn Mädchen die Knödel machen, stecken sie eine Münze oder ein Stück Pfeffer hinein. Wenn sie einen Knödel mit einer Münze bekommen, wird ihr zukünftiger Ehepartner reich sein. Wenn sie einen mit Pfeffer bekommen, wird er wie Pfeffer sein. Mit einer schwierigen Persönlichkeit. Was die Eltern der Jugendlichen betrifft, nun, ihnen ist es nicht erlaubt, am Sankt-Andreas-Fest teilzunehmen. Sollten sie versuchen, ihre Töchter zu hindern, zum Fest zu gehen, ist den jungen Männern erlaubt, den Zaun oder das Fenster aufzubrechen, um das Mädchen aus dem Haus zu befreien. NTD News, Kiew, Ukraine.